Schutzeinheit verloren. Made my day, wollte ich das sagen, aber so nicht. Naja, wenn es ist etwas. Wenn es auch ein bisschen in die Hose ging. Tierisch in die Hose. Wer hat denn mein Fahrrad da hergebracht? Welcher Honk? Ich sehe zwei Charosser übrigens. Jetzt ist der weg. Was ist das? Ein Schädel? Ich sehe zwei Charosser. 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 Meter Deines. Und ich sehe zwei Charosser. Beide. Und ich sehe zwei Charosser. Ah! Ah, nein! Ich habe ihn fast getroffen. Ich habe noch sechs Energieeinheiten. Das war's. Schaffe nicht. Ein Fehler und wir sind am Arsch. Hier zum Beispiel. Die Viecher. Das war's. 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 Ach, nicht doch. Nein, ich habe nur noch drei Energie einhalten. Ja, genau. Dann müssen wir beim nächsten Mal besser machen. Und jetzt durch. Oh, ich weiß noch nicht wohin im Moment, aber... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch, dass es da in die Röhre geht. Warte mal, ich glaube... Wir müssen hier, glaube ich, erst mal die Röhre aufmachen. Okay. Alter, nein! Okay. Okay. Ich kann laufen unter Wasser. Hier so kleine... Das sind eigentlich so kleine Fische wie in Half-Life 1, die einem immer das Leben schwer gemacht hat. Nee, ne? Gibt's hier nicht. So kleine weiße Dinger, die man mit dem Montiereisenblatt machen musste. Und dann gibt's da noch die Großen. Die ganz Großen. Ich hasse lineare Games. Ich hasse sie einfach. Naja. Oh, schön. Was kommt das jetzt? Garne dürfte raten, was jetzt kommt. Endgegner. Okay. Okay. Wo ist er? Wo ist die Sekunde? Wo ist die Sekunde? Es hätte keinen Sinn, wenn ich jetzt hier das Quatschen anfange, weil das Ding so laut ist. Da war doch gerade noch eine Leiche, der hier hing. Bist der Pilote? Aber alles abgegrast. Aber wir kriegen jetzt ja Energie dazu. Ja, 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 ja. Schön kalten Cappuccino saufen. Naja. Wir steigen mal hinten zum Voto ein. Da ist der Helikoppe gelandet. Eher unfreiwillig gelandet. Natürlich. Wo ist mein Superchamp? Ich häng' fest. Ich häng' zwisch... Es quetscht mich ein. Könntest du vielleicht mal... Da kommt mir nicht drauf. Alles gut. Dann steh' ich noch. Oh, schade. Ich wollte ein bisschen was in die Luft. Ja, 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 ja.